heute mittag nachts snack für eine spinne auf jeden fall ihr seht wie sie gerade kämpft gegen einer fetten flieger sie sieht da noch einen feuerkäfer laufen also den feuerkäfer frisst sie wohl nicht mehr jana als ich brauchte durch die fliegen dass diese das ist die fliege die ich reingeworfen haben das ist die spinne die ich habe ich kann sie noch von oben zeigen da unten ihr seht ihr da also das ist er dieses das ist jetzt gesehen habt mit der nacht snack gekriegt morgen morgen fange ich noch mal fliegen morgen gibt es früh frühstück mittag abend also frühstück abbrechen mittag fällt aus und abends geht noch also wir kriegen nur mittags und abend äh frühstück und abends ich bin bis übermittag weg ich werde das auch filmen ich bin ich bin ich mich da bewegt ok abonniert bleiben kommentare geben die ich bin ich nurovon AUDIENCE Ciao.